Hi Gudewe, hier ist wieder Johnny und willkommen zu einem neuen Match von Schubli 2. Das Match hat angefangen, ist aber noch nicht so weit. Ich sehe genau, wir sind Mason, das heißt wir verteidigen. Wir spielen wieder ein Verwüster mit dem Highlander-Schwert. Ich werde vielleicht immer mal die Tarkic und Ritter wieder spielen. Und mit der Kriegsachs, ja, Haken, hau ich einfach mit der Kriegsachs mal arbeiten. Weil scheinbar ist sie doch, ja, ich weiß, die ist ganz gut. Habe ich mir sagen lassen. So, wir gehen auf die Seite am besten. Wow. Ja, ist gut. Ich weiß, du kannst nicht. Du stichst einfach nur drauf los. Ja, warum er... Okay, gut. Das Langschwert ist super, ne? Also, muss mal fair bleiben. Das hilft... Och, ey, dieses Zustechen ist schon übelst gut. Was aber da wieder komisch ist. Man kann halt echt sich saugut noch bewegen dabei und irgendwie einen Winkel aus Bereichen treffen. Das kann ich mit dem Highlander-Schwert nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Natur der Sache liegt oder woran das genau liegt. Ich bin da nicht so firm drin. Ja, ja, die fahren jetzt halt dran. Wir müssen definitiv dann verteidigen, ja. Was soll das werden? Wir töten dich doch trotzdem. Hä? Ah, wieder durch die Leute geschlagen. Das wird noch geschubst. Und tschüss. So, wir müssen halt aufpassen, dass die hier nicht reingehen, ne Wahl. Ist da schon einer? Ne, ist noch keiner. Kann man da schön werfen. Jetzt gleich krieg ich Punkte fürs Erobern, aber erober ich doch gar nichts, oder? Ich sehe jedenfalls niemanden. Oh, hier liegen schon zwei tot. Okay, hier war jemand. Ist okay, ist okay. Da ist keiner. Kann ich mich verbinden. Komm mal raus, ne. Ich würde sagen, das wird nix, mein Freund. Ah, der Turm ist noch gar nicht da. Kann ja nur auf der einen Seite da sein. Okay, gut. Dann haben wir wahrscheinlich gute Karten, dass wir hier das zumindest eine Weile halten können. Können wir mal ein bisschen bewerfen. Oh, nice. Jetzt zünden wir erstmal ein paar an. Oh, schön. Autsch, ich habe es kaum gesehen. Lol, der Speer. Nicht der, ne. Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich, äh, zerteilt werde. Aber wir haben auch schön ein paar Leute angezogen. Das ist immer wichtig. Ah. So, jetzt ist der Turm auch angekommen. Ja, können wir ihn treffen wahrscheinlich nicht. Das liegt gar nicht so weit. Jetzt liegt es aber so weit. Schade. Wir müssen da hoch, Mädels. Wir müssen... Schade. Was soll das werden? Was soll das werden? Pack dein Deutsch aus. Das ist das dann nix mal. Alles gut, mein Freund. Komm hoch. Ach, wir verlieren es ja jetzt schon. Ein bisschen da rein, Mädels. Ja. Ja. Leute. Mädels, ihr müsst da rein. Erobern wir es zurück. Der ist AFK. Der kotzt sich jetzt schon wieder. Warum so viele AFK sind. Okay, wir nehmen das, glaube ich, gerade wieder zurück. Ja, wir nehmen es. Okay, gut. Treffen wir wieder? Nö. Ich habe, glaube ich, über paar und vierzig Meter schon geschmissen und jemanden getötet. Wo muss das sein? Gesicht. Tschüss. Wie eine Krabbe. Das war klar. Arschloch. Ich hoffe nicht. Ah. Zünden wir mal da an. Ich wollte gerade sagen, lauf bitte nicht rein. Das war auch eigentlich anders gedacht. Ah, nein. Das habe ich zu früh losgelassen. Oh, ja. Alter, Schwede. Diese 360-Grad-Dreherei. Lass mich zurück. Ich habe nichts mehr. Da, Schwede, was hängt denn da so? Wie kommt der denn jetzt schon wieder hoch? Husch den doch runter. Das war jetzt wieder, was ich nicht verstehe. Dieser Helm ist so bescheuert. So bescheuert. Eineinhalb Minuten noch, Mädels. Dann haben wir es. Kann ich auch mitleben. Ah, Schwede, ein AFKler. Eigentlich AFK. Das heißt, wir sehen aber da nicht viel von der Map, ne? Also, sie pushen jetzt nochmal richtig rein. Aber scheinbar schaffen sie es nicht. 10 zu 2. Okay. Ich glaube, das schaffen die nicht. Gibt es hier einer? Oh ja, hier sind welche. Danke. Ich wollte nämlich gerade sagen, warum? Das ist jetzt so viel anders als bei mir. Ja gut. Das Ding, denke ich, haben wir dann gewonnen. War ein relativ kurzes Match. Was ist das schon wieder? Muss ich nicht verstehen. Naja gut. Komm. 3 2 1 Zack. Da haben sie gewonnen. Haben wir verloren. Äh, ne. Wir haben gewonnen. Ja. War eine kurze Runde. Wir schmeißen noch schnell unsere Schläge. Treffen natürlich eh nix. Gut. Das war halt jetzt. Ich habe ein bisschen mehr gedacht. Aber naja gut. Was sollen wir machen? Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video aus dem Team. In diesem Video. Tschüss.